Herzlich Willkommen zur Regionalberatung Niedersachsen. Die Getreidebestände entwickeln sich im Augenblick sehr gut und wir werden sehr schnell sehen, mit den ansteigenden Temperaturen wird das Farmblatt geschoben. Das heißt, die drei wichtigsten Blattetagen sind ausgebildet. Wie schützen wir diese? Volker, diese drei wichtigen ertragsbildenden Blattetagen können wir wunderbar mit einem Revitrex schützen. Revitrex? Welche Krankheiten erfassen wir mit Revitrex? Revitrex ist sehr breit wirksam. Durch diese breite Wirksamkeit, gerade auf Roste und auch auf Septoria, haben wir eine absolute sichere Maßnahme, um die Bestände dann abzusichern. Viele Fragen kommen ja auch immer Richtung Einkürzung zu diesem Stadium. Ist da was möglich noch? Ja, wir können zu den 1,2 Liter Revitrex zur Absicherung der Blattetagen wunderbar dann einen Medax-Top dazu geben, mit je nach Standort, je nach Sorte zwischen 0,3 und 0,5 Liter pro Hektar. BASF We create chemistry BASF BASF C